Minecraft? Aber hebe ich ein Item auf, endet das Video. Okay, hier bin ich. Und ich meine, warum sollte ich ein Item aufheben? Ich darf einfach nichts abbauen, nichts machen. Alles easy. Wir werden einfach nur die Welt erkunden. Ey, yo. Jeder, der mir folgt, kriegt einfach plus 99 Coolness. Krass, ne? Okay, auf geht's. Ah, schön hier. Das wird eine easy Challenge. Warum? Warum lag da ein Ei? Ist das dein Ernst? Ich gehe einfach schwimmen.